exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren 3zr 416 23 entscheidung vom 25 7 20 24 rechtsentscheidung zum 3zr 416 23 wichtige entscheidung des bgh zu schadensersatz ansprüchen in einem wegweisenden urteil vom 25 juli 2024 hat der bundesgerichtshof bgh rechtssache mit dem aktenzeichen zr 416 23 entschieden dass unter bestimmten voraussetzungen schadensersatz ansprüche nach einem verkehrsunfall nicht nur gegen den fahrzeugführer sondern auch gegen den halter des fahrzeugs geltend gemacht werden können dies hat potenziell weitgehende auswirkungen auf die sicherheit von verkehrsteilnehmern und die verantwortung von fahrzeughaltern im vorliegenden fall klagte ein unfallgeschädigter nachdem er von einem fahrzeug erfasst worden war der bgh stellte dabei fest dass der halter eines fahrzeugs für die handlungen seiner fahrer haftbar gemacht werden kann wenn dieser zum zeitpunkt des unfalls im rahmen seiner vertraglichen pflichten handelte es sei eine detaillierte prüfung der umstände des einzelfalls erforderlich um festzustellen ob eine haftung des halters gegeben ist oder nicht die richter hoben hervor dass die regelung in paragraph 7 absatz 1 stvg die die gefährdungshaftung des halters normiert hierbei eine zentrale rolle spielt demnach müsse die verantwortung des halters stets in einem angemessenen verhältnis zu der gefährdung stehen die vom betrieb des fahrzeugs ausgeht diese entscheidung des bgh wird als bedeutend angesehen insbesondere in hinblick auf die datenschutzbelange und die moralischen pflichten von fahrzeughaltern des weiteren wurde in der urteilsbegründung erläutert dass die beweislast verteilung im zivilrecht eine zentrale rolle spielt der bgh wies darauf hin dass die klägerseite nachweisen muss dass der fahrer des fahrzeugs das den unfall verursacht hat seine pflichten verletzt hat dies umfasst sowohl die verkehrssicherungspflicht als auch die pflicht zur einhaltung der allgemein gültigen verkehrsregeln ein verstoß gegen diese pflichten sei die grundlage für die schadensersatz ansprüche die gegenüber dem halter gerichtet werden können in der juristischen fachliteratur wird diese entscheidung des bgh als weitreichend erachtet da sie nicht nur bestehende rechtsauffassungen hinterfragt sondern auch neue impulse für die haftung von fahrzeughaltern setzt experten betonen dass die entscheidung zukünftige rechtsstreitigkeiten erheblich beeinflussen könnte insbesondere in fällen in denen der fahrer des fahrzeugs nicht identifiziert werden kann oder nicht mehr zur rechenschaft gezogen werden kann die entscheidung könnte auch folgen für die versicherungspolitik haben da versicherungsunternehmen möglicherweise gezwungen sind ihre haftpflichtprämien anzupassen ein anstieg der schadensersatzforderungen gegen halter könnte die unternehmen dazu veranlassen strengere richtlinien zur überprüfung der fahrer zu implementieren insgesamt zeigt das urteil des bgh eine tendenz hin zu einer erweiterten verantwortung für fahrzeughalter und legt damit einen schwerpunkt auf die verkehrssicherheit und deren rechtsrahmen die entscheidung wird sicherlich in den kommenden monaten und jahren weiterhin intensiver diskutiert werden diese rechtliche auseinandersetzung rückt die pflichten von fahrer und halter ins licht der öffentlichkeit und könnte weitreichende konsequenzen für den straßenverkehr und die damit verbundenen rechtlichen konsequenzen haben es bleibt abzuwarten wie die unteren instanzen auf diese klare vorgabe reagieren werden und ob es in der kommenden zeit zu einer änderung bestehender rechtsauffassungen kommt autor anita farke mittwoch 7 august 2024 danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen